Ich habe hier drei sehr geile, sehr hübsche Schwedinnen kennengelernt. Sind ein bisschen, war bei uns ganz okay. Und jetzt kommt ein Song, Remix, der Swedish Idol Remix auf Deutsch. Okay, here we go. So is this not my hoot? So is this not my hoot? Very good. Really good. Is it okay or no? Yeah, I think in a few years, this video will be really, really... Is this my hoot? Can you sing it for us? Dad, let's sing it for the medical.